ein wunderschöner morgen oder abend mein gott es wird ja gerade abend ich trottel willkommen zurück zu risen 3 wollte ich sagen ich habe gerade gechattet zum thema risen gothic willkommen zurück zu helga weiter geht's helga die grausame aller grausamen und so weiter ihr kennt das ganze gedöns ja wir sind im trödeln wir sind am gelten machen ach so genau ich sammle geld für karawane ich sollte jetzt vielleicht auch mal darauf gehen das heißt wir machen jetzt mal weiter quests und hoffen mal darauf dass wir nicht diese blöde bescheute karawane auf den weg setzen können das will ich unbedingt machen ich vergesse die ganze zeit helga's party wir können auch zwei karawanen machen ich glaube das können wir auch ich muss mal gleich gucken endlich wieder ich hab denn nicht so viel mehr zeit falls ihr aktuell guckt ich kündige gerade meinen zweiten job dann mache ich nur noch youtube nur noch nur noch zocken das ist das schön oder die kopfzer bersten hören und die grausame klingel helga schwingen ich sollte musiker werden in sachen schwerter in körper rammen und daraus musik zaubern das war flintstones na gut ich übe noch ein bisschen weiter geht's so kommen wir gehen mal beim mod gucken ob da eine quest ist aber das nix kalliok gibt es eine quest das ist das das gottwalter tal aber hier ist auch helga geboren worden needs grain seeds das sollte kein problem sein if we had bushels we could use it to sow fields bushels of grain ich hätte auch jemanden auftrag schicken können ich trottel bushels of grain einfach nur die säcke oder was säcke kaffee tut mir leid wunderschönes kaffee das war doch mit bushels of grain oder nimm einfach mal alles mit er will tausend oder oder was das ist es sehr schön pass auf es gibt mir was erwarte ich denn eigentlich was der mir gibt peanuts wahrscheinlich gar nichts ja gar nichts ein ansehen wie nett helga ist aber das ist ja nicht das was wir wollen helga soll doch nicht nett sein äh 15% reduce barter penalty barter penalty when introducing yourself the lords first ah ok dann machen wir obwohl ach so warte mal das ist ja gut scheiß auf diese obwohl nee das können wir schon gebrauchen äh machen wir das ist egal so weiter geht's wir töten ein paar looter und danach suchen wir uns seeräuber seeräuber hopsasa so ich gehe direkt rein wer zuerst mal zuerst helga die schreckliche so schrecklichen wo hat er mich noch getroffen kommt her ihr kleinen lappen na wo willst du denn hin Hä? Komm hol sie euch Leute! Die rennen weg! Ist die Kavallerie noch hinten dran? Oh mein, jetzt ist mein Pferd nicht mehr da. Na egal. Dass es immer direkt weglaufen muss. Komm wir gehen jetzt mal nach Seebanditen suchen. Und zwar hier. Ich müsste doch jetzt langsam mal sicher mal auftauchen. Wie viel kann ich jetzt eigentlich an Leuten dabei haben? Weil ich doch jetzt den neuen Quartier. Meister 80. Ich weiß gar nicht wie gut er darin ist, was er da tut. Ich hab ihn aber schon dazu gemacht, ne? Er ist doch schon unser... ...Aquartiermeister. Es ist schon unser Scout. Und es fehlt noch unser Engineer, den wir noch nicht haben. Caravan darf ich noch keine haben? Oh, das ist nur unendlich. Kann ja auch sein. Palisont. Palisont. Ich glaub das ist neu. Das hab ich noch nicht gelesen. Äh. Äh... Ah. Ingalltal. Ingalltal. Needs Garrison Troops, ne. Garrison Troops, ne. Sorry, aber das sind... Ich hasse diese Quests. Na gut, machen wir die Bandit Base. Das ist sogar die da. Die hab ich grad so... Oh, guck mal hier, 25. Die müssen wir grad mal cachen. Obwohl, nee, erst mal den Hideout. Können wir wieder nachts angreifen, super. Macht uns ja so viel Spaß. Entschuldigung, scheiß Allergie. Mann, das war mal... Es ist schon besser geworden. Es ist schon besser geworden. So, Attack. Wir nehmen mit... Oh ja, das sieht doch gut aus. Nee, halt, wir müssen die hier mitnehmen. Die sollen ja üben. Und Lasantmus... Lasantus Maximus, unser schicker... Gerade mit Porno-Balken als gezeugter Schatziputzi. Wo ist denn... Warte mal, die Map kommen wir nicht so bekannt vor. Ich glaub, wir haben uns ein bisschen... Guck mal, das ist jetzt sogar ein Weg. Horsbandits Lappen. Genau, Schilde nach oben. Oh man ey, die... Die Bolzen droppen aber hart. Echt. Oh, das war knapp. Das kann was werden hier. Kappawanga! Oh, wir haben es fast. Cool, oder? Naja, geht schöner. Alter. Ich hasse es, wenn in den Spielen die Feuer so hässlich sind. Geht auch schöner. Alter, Origin ist an, ich fass es nicht. Oh! Headshot! Das war's für uns! Ich hasse Bandit Hideouts. Okay, andere Schützen nehmen wir nicht mehr mit. Wow. Ist immer das gleiche, Zeitverschwendung. Ne, ne ne ne, nehme ich nicht mit. Ist hier ein Turnier? Komm, wir gucken mal. Noob. Noob. Gudon Helga. Gudon Helga. Oh, dieser Name. Wunderschön, oder? Gudon Helga. Was sieht's, wie sieht's aus mit Schmieden? Schamieden? Sehr gut, wir brauchen mehr davon. Wenn er hackert, komm, die Quest müssen wir jetzt aber noch machen. Sollten jetzt schon weniger sein. Also keine andere Schützen. Die Sarge ist nicht mehr mit. Unsere Schatzi ist hier. Und, ähm... Lanyon Swordsman. Skirmischer, los geht's. Wir müssen nämlich rushen, die Bogenschützen können wir nur Stürmer angreifen. Sturm angreifen? Ich bleib mal hier stehen, ne? Ich darf nicht angreifen. Ich darf es nicht vergessen. Komm, Robbe Robinson! Und Martha Pfefferdorf! Meine Güte, komm, das sind die ersten zwei. Die kriegt ja wohl down. Meine Güte. Ich baue ne Heavy Cross Ball. Das gibt's doch nicht. Keks! Das gibt's doch nicht. Ein Rad von Keks. Müsst du mehr Turniere kämpfen, dann üben die auch ja gut. Mit der Boast. Oh, schade. Oh, Mann! Treffer! Na gut, mach ich weg. Gib schon mal das Schwert in die Hand. Ein Wunder! Alter! Was ist denn hier los? Die sollten eigentlich kein Problem sein. Lol. Hä? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Tut mir leid. Da stimmt irgendwas nicht. Hätten Robbe Robinson nicht. Hat der wie stark, oder? Tod. Quest geschafft. Dankeschön. Ah. Musik. Oh, eine Hand haben wir. Swing Speed with one-handed weapons. Governments settlements have increased militia recruitment. Und increased your damage with access and maces. Und hier steht nur Einhandwaffen. Wir nehmen lieber das. Das ist für alle Einhandwaffen. Weil im letzten Mal habe ich das genommen. Das war ein bisschen blöd. Blöd. Baller löt. Hier ist nix. Dann müssen wir wieder zurück. Komisch. Das ist nicht mehr so. Kommen die jetzt später? Ah. Kommt her, ihr zehn Looter. Das können wir auch auswürfeln. Wir haben uns jetzt ja warm gekämpft. Genau. Geht durch den Wald. Wir gucken jetzt immer noch nach Turnieren weiterhin. Verkaufen Sachen können wir dann immer noch. Roslinda Fischsoße. Fencing Stolen Goods in Garland. Aha. Geht durch. Oh, schön. Martha Pfefferdorf hat gewonnen. Jetzt bin ich dran. Wer ist denn noch dabei? Der Brei. Keiner von uns sonst. Das gibt es doch nicht. Ein Rad von Keks. Milos des Surgeon. Lukant und so sind nicht dabei. Das ist aber blöd. Oh Mann. Ich habe extra früh geschlagen. Immer auf den Kopf zielen. Ein Rad ist durch. Martha. Ich muss gegen Martha kämpfen. Und andere. Nee, mit Martha. Entschuldigung. Martha, pass auf! Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Martha, los! Martha ist immer noch im Rennen. Ja. Der Beste mal. Oh Mist. Scheiße. Okay, alles klar. Oh, ihr Noobs! Haha! Oh Martha, du hast es bis zum Schluss geschafft. Ich bin stolz. Du hast den Sieg verdient. Falls du gewinnst. T-Bag! Entschuldigung Martha. Haha! Sehr schön. Okay, das haben wir geschafft. Mal kurz ein bisschen warten. Wie sieht es denn hier aus? Das habe ich eben schon mal gesehen mit dem... Nee, das brauchen wir nicht. Ich würde jetzt gerne noch ein paar, ähm, Karawanen überfallen. Oder so. Javelin. Nö, immer noch nicht. Da gehen wir weiter auf, äh... Puh, two handed. Das Billigste vom Billigsten, was irgendwie geht. So ist ja auch egal. Fünf und zwei. Und töten gehen. Wir verkaufen noch. Wir sammeln. Wir sammeln, wir sammeln. Ich meine, es muss doch irgendwo... Seeräuber geben. Geh mal hier gucken. Seeräuber bla 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 bla. Seeräuber bla 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 bla. Und ein paar... Mountain Bandits. Das wäre doch was Neues. 16 Looter bringen nix. Aber 25 Ferris Bandits. Forest Bandits. Nicht Ferris. Mein Name ist Forris. Forest Camp. Es ist leider etwas dunkel. Das ist doof. Sehr doof sogar. Hm. Ja, das wird jetzt was. Ich glaube, außer angreifen haben wir nix. Ja, wir chargen. Scheiß drauf. Ich glaube, wir sind noch Looter dabei. Oh. 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 Aaaaaaah!!! Autsch. Ah, da sind unsere Nahkämpfer endlich. Oder teilweise. Lauf, die Narren! Na, geht doch. Wir haben aber ein bisschen was verloren. Okay, wir haben verloren. Das macht nix, das macht nix. Oh, zwei Flanien-Sergeants. Puh. Das ist natürlich doof. Das ist krass. Das waren die hier. Komm, Lasagne. Du musst mal nach oben. Lasagne. Und du wirst auch, genau, du bist Kavalerieführer. Kavalerieführer. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir auch mit. Den mit dem Rest. Wir müssen mal verkaufen. Wir sind zu schwer. Seh ich gleich. Seh ich gerade. Seh ich gleich. Gleich seh ich das erst. So, wir verkaufen. Wir brauchen Kohle. Das und das. Da alles. Das ist der Helm, den wir bekommen haben. Wunderschön. Toll siehst du aus. Ah, die können wir auch warten. Wir haben noch Silber. Egal, weg damit. So, 6.500. 9.000. So, wir haben ein paar Verwundete. Warten wir kurz. Oh, es geht ja schnell. So, fertig. Kein Arena-Kampf. Wir können auch mal ein paar Rekruten mitnehmen. Wir haben ja keinen Krieg. Deswegen sind Rekruten auch verfügbar. Tollerweise. Oh, scheiß Origin. Das möchte ich ausmachen zwischen der nächsten Folge und der hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hören tut jetzt wahrscheinlich. Ja, ich bin ein bisschen Star Wars Battlefront am Spielen, aber ich muss echt sagen, der erste Teil war besser und irgendwie sind die Karten total scheiße. Und es geht nur bis 40 Leute. Ich will 60 oder 100 Leute auf dem Server haben. Mal fünf Stück nur. Aber da bleiben wir dran. Das sind neun. Da bleiben wir dran. Die machen immer Armeen. Ich weiß nicht. Das ist halt so typisch preußisch. Das ist kein Krieg. Da machen wir ein paar Paraden. Ziehen mit unserer Armee durchs Land. Da stehen wir total drauf. Ah. Komm, die kriegen wir noch. Dieses Jahr auf jeden Fall. Mindestens. Boah, Alter. Im Ernst? Am Spammen da, ey. Komm schon. Komm zu mir. Du Sonnenlicht. Bitte, ihr wunderschönen Searader. 30 Abonnenten weniger. So schnell geht das. Nee, wir suchen mal einen anderen, glaube ich. Wir gehen jetzt mal hier. Boah, guck mal, wir sind voll der Karawanenwald. Eigentlich sollten die das hier nicht benutzen. Wir müssen so eine Straße hin. Warum ist hier keine Straße? Neun Searader. Wir müssen irgendwo noch mehr. Da ist 17. Geht doch. Das ist immer sehr deprimierend, wenn sie halt außer Sicht gehen, weil sie einfach mal so schnell sind. Das sollte gehen. Oh ja, hier ist gut. Ah, guck mal, sogar ein Hideout. Aber ich bin ja nicht wahnsinnig. So, der sollte jetzt in die Falle gehen. Aha. Oh, und nochmal 7 dazu. Weil die haben halt gute Sachen. Die droppen halt gute Sachen. Da kommen sie. So, jetzt ist mal wieder Screenshot-Zeit, liebe Leute. Sie kommen mit dem Morgengrauen. Und sie laufen um ihr Leben. Wer wird der Erste sein, der fällt. Boah. Da kommen sie. Oh, oh. Oh. Meine Güte, ihr habt ihr Glück. Da sind aber echt so ein paar Fast-Kopftreffer dabei. Oh, er hat's überlebt. Oh, macht er hier. Oh, scheiße. Da kommen die Wurfsperre. Schilde hoch. Hoch, ihr Lappen. Dieser Trottel hier. Okay, bereit machen. Oh, oh. Nee, wartet noch. Wartet noch. Okay, los geht's. Die fliehen nämlich schon hier. Die bringen auch gut XP. Mehr als alle anderen. Banditen. Bleibt nicht stehen, tötet sie. Ihr lasst euch da Geld aus den Lappen gehen. Durch die Lappen. Aus dem Lappen. Sehr gut, Lasanne. Sehr gut, Einrad Keks. Wunderschön. Ein Toter. Ich hab's jetzt nicht gesehen. War's wahrscheinlich ein Bauer oder so. 500 Money Money. Und die Wurfsachen, die bringen auch richtig Asche. Ich meine, das ist bestimmt eine Quest oder wie leuchtet nix. Komm, die nimm mal direkt mal mit. Hier. Also nochmal neun, aber... nochmal neun. Kein Toter. So muss das sein. Komm schon. Komm, meine Arme. Na gut. Dann warten wir mal ein bisschen hier. Ich muss sowieso aufsprechern, liebe Leute. Das war ne weitere Runde. Bei einer Lord, das geht schnell. Mein Gott, die Zeit rennt. Aber ich muss irgendwann aufhören. Und wollen wir nicht so viel erreichen. Ist das einfach so, ja? Ist ja Sandbox. Es dauert alles ewig. Also bis dahin wie immer, Leute. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ich mach jetzt mal Origin aus. Zum Kotzen. Bis zum Kotzen. Untertitelung des ZDF, 2020